Hallo Freunde, Autobastler, dieses Video habe ich speziell für meinen Facebook-Freund Klaus gemacht. Ja, der hat ein bisschen Stress mit seinem Fensterheberschalter und natürlich für alle von euch, denen es ähnlich geht mit ihrem Fensterheberschalter. Manchmal kann man hier nämlich mit ganz einfachen Mitteln noch was reißen. Ja, dass die wieder funktionieren und das zeige ich euch jetzt. Jetzt haben wir erstmal hier, schauen wir uns an, wie wir an die Dinger rankommen. Das läuft hier rückwärts, aber ihr könnt es euch denken, ihr müsst hier in diesen Spalt, den man hier im Moment noch sieht, in den müsst ihr vorsichtig rein bei den meisten Fabrikaten und dann könnt ihr das Ding ziehen. So, hier liegt er jetzt vor uns und in diesem Fall hat der Fensterheber von der Beifahrerseite nicht mehr funktioniert. Insofern komisch, weil eigentlich ist immer der linke, also der von der Fahrerseite, häufiger betätigt. Und da kommt es manchmal einfach zu einem Bauteilverschleiß, zu Sätzen der Kontakte. Und was wir jetzt gemacht haben, der Luca und ich, wir haben einfach auf diese beiden Kontakte an der Stelle, wo von außen der Druck draufkommt, ein Stückchen Papier aufgeklebt. Und schon hat er wieder funktioniert. Mehr gibt es zu der Sache gar nicht zu sagen, meine Videos sind eh immer zu lang. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und wenn es bei euch klappt, dann freue ich mich. Tschau!